Joho, Videoabend, oder meine Begrüßung, moin moin YouTube, was haben wir dieses Mal? Diesmal haben wir eine Videoantwort für Check My Channel. Ja, ich würde mich freuen, wenn du auch meinen Channel unter die Lupe nehmen würdest, das heißt, da ich in meinen Augen dann doch hier eine relativ einzigartige Videoproduktion produziere. Screenshot werde ich so, also meinen Hintergrund werde ich so oder so nicht ändern. Das Einzige, was sich dann ändert, ist immer hier der schöne Kalender, wo dann Videos angekündigt werden, die ich dann veröffentliche. Das ist das Einzige, was ich dann jedes Mal ändere mit Photoshop. Und ja, ich denke mal, du wirst hier selber raufkommen. Ansonsten, ich habe hier meine Reviews von der Computer Build selber, das heißt, den Inhalt der CD-DVD, in diesem Fall immer DVD. Dann Quick-Tipps zu Programmen, zu Sachen, die im Heft stehen selber. Und allgemeine Videoantworten, Unboxing und sonstiges wie Infovideos und so weiter und so fort oder ein paar kleine Sachen aus meinem Privatleben oder Videos, die ich einfach noch nicht gelöscht habe. Ja, das war's so im Großen und Ganzen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du checkst meinen Channel in der Rubrik Check My Channel. Und das war's von mir. Bis dahin und tschüss. Gut, ich würde mich freuen, bis zum Beispiel.